Als ich Gottschläge Immobilien mit der Hausverwaltung meiner Immobilie beauftragt habe, habe ich die Lösung für all meine Probleme gefunden. Mir war ja Freizeit schon immer sehr wichtig. Mit einer Immobilie hatte ich aber auch echt immer viel Aufwand. Mieter riefen nachts an, wenn was war, ich musste Handwerker koordinieren, Betriebskostenabrechnungen erstellen, habe mir sogar für die Buchhaltung eine Software kaufen müssen. Teilweise hatte man wirklich das Gefühl, dass man nur noch für die Immobilie tätig ist. Vor einer Neuvermietung hat es mir sowieso immer gegraut. So viele Anrufe und Termine und dann werden die nicht eingehalten. Ich bin nicht nur einmal umsonst zum Objekt gefahren und stand dann alleine da. Aber alles das habe ich jetzt nicht mehr. Ich brauche mich um nichts weiter mehr zu kümmern. Keine Mieter mehr, die wegen eines tropfenden Wasserhahns anrufen. Keine Briefketten mit Mietervereinen. Und die Neuvermietung funktioniert auch super schnell. Leerstand gibt es bei mir nicht mehr. Zudem erhalte ich regelmäßig Informationen zum Status der Immobilie und wenn ich möchte, kann ich sogar sehen, wie oft und warum sich die Mieter bei Gottschling Immobilien gemeldet haben. Und jetzt habe ich wieder Zeit für mich und für meine Hobbys.